Das ist eine 44er Magnum, die stärkste Handfeuerwaffe der Welt. Die bläst dir das Gehirn aus dem Schädel. Fühlst du dich wohl? Die bläst dir das Gehirn aus dem Schädel. 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 Gehirn aus dem Schädel. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.